hallo da bin ich wieder ich muss mal schnell auf ein paar kommentare eingehen von den letzten folgen und zwar aus folge 109 da wurde ich gefragt habe ich mal mehr auf die tools eingehen kann zum beispiel crossbow und so weiter ich habe den crossbow habe ich gelootet auf so einer mv chest beutetasche und ich zeige euch da gleich mal was aber vorher wurde ich auch noch in folge 110 war es glaube ich gefragt wie das mit den seeds so funktioniert bei den seeds seht ihr hier mein versuchsfeld ich stehe jetzt hier oben weil ich nämlich aufpassen muss dass mir hier kein unkraut wächst sozusagen so wie hier das muss raus immer wenn ich unkraut raus nehme muss ich wieder ein crop stick setzen aber ich komme gleich dazu muss man bloß aufpassen sonst passiert nämlich dass dass ich hier mit bekomme dass eine unschöne sache also also grundsätzlich ich bin kein kein grobs oder keine ahnung kenner ich habe jetzt ein bisschen gelesen wo fange ich denn an ich schnappe mir mal mein buch und fange einfach mal von hier vorne an das ganze glaube ich habe ich ja irgendwo in die videos gezeigt man muss quasi erstmal diese rankhilfen bauen und hier steht wie man quasi anfängt mit dem ganzen das heißt du sollst hier dreimal ein slot machen farmland dirt farmland dirt farmland und so weiter das ganze habe ich hier gemacht ihr seht ja da ist es quasi wie im buch in der mitte dirt dann außen dirt und so weiter so habe ich jetzt das mal alles aufgebaut wie es im buch verlangt wird als nächstes wunder euch nicht ich habe ich meinen scanner eingebaut falls es mal regnet weil beim letzten mal hat es geregnet und ich war auf dem scanner gestanden und habe das dann habe ich das brennen angefangen so sagen wir mal so okay und dann hat er gesagt ich soll hier in jeder ecke einen stick hier rein pflanzen warum die baut man so und zwar am einfachsten geht es wenn man die longwood sticks quasi ein baumstamm in die latte da kriegt man gleich vier stück raus fertig und man muss sich um nichts mehr kümmern letztendlich so also ich habe also ich kann es euch mal hier zeigen wie ich gemacht habe der stick hat noch eine seine bewandte also man soll immer einen stick hier und so weiter setzen ich mache jetzt aber gleich wieder weg weil sonst bildet sich unkraut und unkraut ist immer ganz schlecht das muss schon wieder raus okay und wichtig ist immer diesen verbindungsstick zu machen ihr seht schon da ist einiges gewachsen da vorne habe ich was vorbereitet da ist kein unkraut kein unkraut kein unkraut so das ist auch fertig das brauche ich für die quest so ich komme nochmal hierher zurück und zwar sagte im buch ich soll ich soll hier weizenkörner zuckerrohr karotten und kartoffeln nehmen soll ich mir besäugen das habe ich dann gemacht und ich habe alles versucht miteinander zu kreuzen also ich habe jetzt zum beispiel überall weizen angebaut also zum beispiel weizen mit karotten weizen mit zuckerrohr weizen mit kartoffeln das sind quasi dann alle sachen die ich da habe ich habe die weizen quasi mit allem gekreuzt sozusagen als nächstes habe ich dann die karotte mit einem gekreuzt karotte mit zuckerrohr und karotte mit kartoffeln und zum schluss bleibt nur noch eins übrig zuckerrohr und kartoffeln so und wenn man glück hat und ich habe hier wirklich sehr viel glück normalerweise passiert das nicht dann wächst zwischen den pflanzen eine neue pflanze ihr könnt euch den samen analyzer bauen wenn ihr wollt der kommt ja dann im questbuch glaube ich auch irgendwo vor da oben das ist quasi so ja das anfangs maschinchen wenn ihr anfangen wollt ihr braucht einen computermonitor eine chip und eben viermal flüssigen redstone und den samen analyzer oder crop analyzer am besten mit einer 400 400.000er batterie also eine 128 volt batterie rein und dann wenn ihr da rechts klickt erscheint unten links so eine anzeige da steht das ist weizen die crop size also die länge der dauer das ist sieben wachstumsstadium nutrient ist der nährwert quasi jetzt habe ich null von hundert water storage das heißt ich kann quasi die pflanze bewässern aber das zeige ich euch später ich mache das ganze aber mit dem scanner der braucht immer tausend und dann klicke ich immer drauf das habe ich jetzt schon gemacht das seht ihr überall unten rechts und wenn ich jetzt irgendwo nicht drauf geklickt habe dann würde da nichts stehen so wie jetzt irgendwo hier vorne habe ich es doch gehabt oder ich gehe mal gleich darüber wieder das habe ich da zum beispiel da habe ich noch nicht drauf geklickt das seht ihr jetzt hier steht quasi nur rankhilfe mit dem samen analyzer kann ich drauf klicken da steht es ist hier weizen ich befinde mich in wachstum stufe 1 der rest ist unwichtig aber mit dem gehe ich rein weil der ist wichtiger und zwar wenn ihr jetzt schaut mal links oder rechts überlasse ich euch unter stats steht gross gain und resistance gross ist ja bekannt ist ja das wachstum also ich könnte mir jetzt quasi ein weizen der stufe 2 0 0 erstellen das hier ist schon ein weizen 1 1 1 das gain heißt glaube ich ich glaube da kommt mehr raus je höher der gain wert ist fragt mich nicht das habe ich noch nicht ganz gecheckt mir ist das zu wenig ich habe hier nur wachstum 2 0 0 deswegen vernichte ich das mit links klick und einmal rechts klicken und stick dazwischen setzen so hier ist weed das muss raus weil ich zeige euch jetzt schnell warum nur mal schnell alles durchchecken dass mir hier kein weed wächst ähm da passiert nämlich folgendes also zum einen wenn ihr außenrum blöcke habt so wie hier ganz normale erde und ihr habt hier drei pflanzen das waren einmal ganz normale pflanzen und es wird eine zu weed jetzt haben wir in der mitte also quasi hier war glaube ich zuckerrohr und karotte oder sowas und in der mitte war weed und ich habe da nicht aufgepasst und das steckt dann die beiden pflanzen hier an und gleichzeitig wächst außenrum noch ein bisschen äh gras also wenn ich jetzt hier die heute blöcke nicht hätten wir auch hier gras gewachsen das bedeutet also ihr müsst echt immer aufpassen bis die mittlere pflanze hier steht und dann könnt ihr quasi eure wege gehen jetzt habe ich zum beispiel hier da ist auch noch nichts da steht nur melone melone also ich klicke die mal an um einfach mehr informationen zu haben hier unten das ist eine ganz normale melone die habe ich ähm ne das ist schon ein äh zuckerrohr ist ein besseres zuckerrohr habe ich da angepflanzt nämlich wachstumsstufe also drei der wächst schneller sozusagen und ist resistent ja haltbarer oder was soll das sonst sein und die ach ich habe doch saft wieso zeigt die mir da jetzt nichts an doch jetzt zeigt das an und hier habe ich quasi ähm eine melone allerdings ist die noch nicht ausgewachsen das seht ihr auch unten rechts das ist eine tier 2 pff frucht oder so und ich kann sie noch nicht ähm abbauen steht da hinten no weil die erst bei 66 prozent ist so bei stats steht 1 1 1 das bedeutet ich habe ganz normal melonen kerne genommen die haben immer 1 1 1 ich kann jetzt hier zum beispiel um das wachstum zu beschleunigen fertilizer nehmen 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 nicht nehmen halt das war falsch ich brauche hier ich habe jetzt kein knochenmehl mehr allerdings nehme ich dann diesen dünger den ich mal hergestellt habe der taucht allerdings nichts das sage ich euch gleich weil wenn ich den jetzt hier rechtsklick mache schaut mal unten rechts was sich dann verändert doch der macht 100 der fertilizer macht also jetzt 100 das bedeutet normalerweise sollte er jetzt schneller wachsen seht ihr jetzt geht auf 73 und da die pflanze nicht braucht sollte ich mich gleich schlafen legen ich könnte jetzt natürlich noch hergehen könnte noch mit der bewässerungszelle ich mache das jetzt mal hier quasi noch wasser hinzugeben damit sie immer mit feuchtigkeit versorgt ist ich glaube aber das braucht es bei der pflanze nicht wo ist mein bett ach so in meinem inventar lustig ne so wenn die dann ausgewachsen ist in ein paar prozenten dann da habe ich einen stick vergessen also ihr müsst immer quasi hier wenn ihr zwei pflanzen kreuzen wollt einmal einen stick setzen und noch einen mit rechtsklick damit ihr das kreuz hier habt damit sich eben auch eine neue pflanze bildet da unten steht jetzt nichts seht ihr Ranghilfe also ich schaue mal was jetzt hier rauskommt das schaut besser aus hier habe ich quasi ein Weizen mit in den Statistiken steht drin Wachstum 2 und Gain jetzt muss ich doch glatt mal schnell nachschauen was dieses Gain dazu kommen oder so was heißt das doch oder mein Google lässt mich gerade in den Stich was heißt ein Gain dazu gewinnen Obtain, Gain, Rückhafte, Extract kann ich mir jetzt nichts damit darunter vorstellen letztendlich aber ich lasse das einmal weil wenn die ausgewachsen ist ersetze ich die und dann kann ich quasi den Level steigern hier diesen ja diesen Grow Gain Resistance Level kann ich steigern das gefällt mir zum Beispiel auch nicht der hat nur 0,02 also weg damit da bekomme ich wieder Weizen 1,2 gefällt mir nicht weg damit ach jetzt habe ich ein Seedback rausbekommen jawohl mit 0,1,2 und hier habe ich einen Unbekannten den Unbekannten zeige ich euch gleich wie das was ich mache hier habe ich jetzt Glück gehabt da kam ein Mushroom raus das heißt mit Links-Klick müsste ich jetzt theoretisch ein Seedback bekommen und hier müsst ihr ganz, ganz, ganz euch aufpassen ihr solltet immer mit ich bin jetzt voll ich muss schnell mal was loswerden ihr solltet immer mit dem leeren klicken warte mal schnell weg, weg, weg so was brauche ich noch nicht hier das brauche ich noch nicht das, das ihr solltet quasi immer mit einem leeren Feld klicken wenn ihr quasi mit so einem Samensack hier irgendwo drauf klickt ist die Pflanze, die da drunter ist, auf jeden Fall zerstört und da habt ihr Pech gehabt so, lassen wir mal meine Werte anschauen das ist ja prima gut, also jetzt habe ich mir natürlich jetzt meinen Mushroom rausgeholt kann ich jetzt neu anpflanzen und werde, wo war das drin? hier irgendwo, ne? achso, habe ich schon ein neues Kreuz gesetzt, genau so, ne, hier war es so, wieder verbinden vielleicht habe ich ja Glück und jetzt wächst was Neues hier ist jetzt rausgekommen Green Glow Green Glow Shroom auch nicht schlecht das lasse ich drin da ist schon was fertig geworden Zuckerrohr und Weizen hat mir hier Turnip gegeben ok am einfachsten ist es wenn ihr wisst, was macht denn das was kann ich denn mit dem Turnip angeben dann gebe ich das hier oben ein einmal links klick dann kommt ihr hier in diese Maschine das heißt Turnip ist in der Mitte und kann man quasi so herstellen da steht es sogar wie das geht oder mit anderen Rezepten aber ich möchte wissen, was kann Turnip deswegen einmal rechts klick da drauf das heißt ich kann hier Karotten herstellen also Krampf letztendlich ich baue es aber trotzdem ab links klick ah, jetzt habe ich Pech habe natürlich jetzt keinen Seed bekommen also keine Tasche was habe ich hier einen Weizen mit 001 ne, das kannst du gleich vergessen kommt wieder hin und das ist hinter mir auch also das ist schon ein bisschen Arbeit jetzt kommt wieder Turnip ok das ist eine Rübe ist das eine Rübe alles klar und da habe ich wieder Maschrum so, hier ist natürlich ein Zuckerrohr gewachsen das hat jetzt 0,2,0 naja ich mache es nochmal weg jetzt habe ich zwei Zuckerrohr bekommen und naja bin ich nicht zufrieden kreuzen ähm, ja dann gehen wir mal weiter äh, bevor ich mit dem Erklärer fertig bin was hat mir hier habe ich zum Beispiel 2,1,0 die Karotte ich mache das jetzt einfach mal ich nehme die jetzt raus ähm, die kann ich dann komplett abbauen mit links klick und setze einfach mal hier meine Zweier hin so, den Stick hier muss ich allerdings raus machen weil wenn ich den drin lasse äh, wird sich hier Unkraut bilden und das Unkraut ihr wisst ja das Zerstören alles wieder vorne mhm, was wollte ich denn da dazu sagen genau das habe ich gesagt das habe ich gesagt ähm die ganzen Quests was man hier durchgehen muss hier steht da zum Beispiel die Bewässerungszelle wie man sie herstellt und ihr werdet auf jeden Fall hier 256 Unkraut abbauen müssen das bekommt ihr hundertprozentig zusammen ähm die Maschinen selber habe ich noch nicht ausprobiert wie sie funktionieren und Pflanze ich soll jetzt meine eigenen äh Dünger herstellen so jetzt hier steht jetzt natürlich the best plants to cross to get Fertilla are Zomplant Venomilia Trollplant or Spider-Nip so watch out for Phenomlia das heißt ich muss erst mal schauen was dieses Venomlia ist weil ich habe hier nur zwei Möglichkeiten einmal Enderblumen einmal Trollblende das heißt ich muss schauen wie bekomme ich dieses dieses Phenomilia da brauche ich eine Tulpe und Kakaobohnen ich schaue mal was ich links habe Rosen Rosen habe ich Hops habe ich keine Kartoffeln eating plant seeds habe ich auch nicht Flags muss ich erst noch herstellen Melonen und Stickroot also Melonen und Zuckerrohr das habe ich doch schon angebaut irgendwo ach und übrigens den Boden wo ihr das seht das ist ein Quest die hier spart euch das diesen Gartensäule zu machen weil der ist erstens mal das braucht ewig hier wirklich ewig die Wachstumsgeschwindigkeit ich habe beide Felder zusammen angebaut also jeweils Weizen und jeweils Karotten man sieht sie an der Textur der Gartensäule ist ein bisschen höher deswegen wird unten die Karotte gar nicht richtig angezeigt sondern hier nur ja das Gestrüpp das irritiert ein bisschen muss ich sagen man weiß ja nicht ob es jetzt Kartoffeln sind oder Karotten also das ist weil die haben ähnliche Textur und es ist nicht viel schneller im Gegenteil ich habe den Eindruck hier wächst fast nichts also spart euch das das muss jetzt raus schnell ihr wisst schon immer ein wenig Vorsicht gerade bei mir ok ich habe jetzt schon angepflanzt Melonen und was hat er gesagt was ist denn das hier das zeigt sich mir gar nicht an jetzt habe ich Weizen zwei eins naja lass ich mal gehen Melonen und Zuckerrohr soll ich anpflanzen hier habe ich Kürbis hier habe ich hier habe ich jetzt Melonen und Zuckerrohr also dann gleich mal hier kreuzen das habe ich glaube ich auch hier angepflanzt Zuckerrohr Melonen ihr seht ja da die Einser und die Einser und hier bekomme ich jetzt eine Melone 4.1 die würde ich mir jetzt direkt abbauen das würde ich mir auch abbauen gleich hat sich gleich WID gebildet und mache mir hier meine 4er Melone rein mit ein bisschen wo habe ich meinen Dünger habe ich den schon verräumt wieder ja ok ich lasse ihn mal wachsen in aller Ruhe und den Stick muss ich wegmachen wie gehabt und so versuche ich halt quasi jetzt die Quest hier zu lösen die ich für die dieses Venomilia da warte ich jetzt so lange bis es hier erscheint hier habe ich zum Beispiel aus einer Melone einen Kürbis rausbekommen Melone Zuckerrohr kommt ein Kürbis raus der hat jetzt hier 2.1 naja ich mache halt einmal links klick bekomme ich einen Kürbis naja ich brauche keinen Kürbis ok dann habe ich hier mal was ausprobiert ich habe hier nur Zuckerrohr gesetzt hier war eigentlich auch mal Zuckerrohr fragt mich jetzt bitte nicht wie das zustande kam weil ich habe eigentlich hier Zuckerrohr da Zuckerrohr da Zuckerrohr und da und dann habe ich einfach mal verbunden miteinander und jetzt habe ich hier zum Beispiel Slime Plant bekommen Slime Plant was kann man mit dem machen da bekomme ich Kopern ach das ist natürlich gar nicht schlecht ne Pumpkin Seed und Slime Plant Seed wisst ihr was den baue ich mir gleich mal ab ich hoffe ich kriege einen Sack jawohl und einen Stick wieder ran machen die pflanze ich mir direkt an hier und hier einmal die Slime Plant und einmal den Pumpkin ja prima Prima ähm nicht Herr Warzen also Ziel ist es auf jeden Fall die Pflanzen hoch zu züchten und dann geht es auch schneller Grow Dry naja Birch Birgbonsai Birkenbaum da kriege ich mein Birkenholz raus das ist ja prima ähm was habe ich denn hier hier habe ich 1 und 3 der hat mir jetzt gemacht 3 und 2 das ist eine 1er das ist eine 1er und der hat mir jetzt hier oh das ist prima 3 3 3 hat er mir raus gemacht das ist natürlich perfekt den ziehe ich mir direkt her mach die Karotte hier weg setz mein 3er hier hin der kriegt ein wenig Wasser von mir das war jetzt das war jetzt zum Beispiel super ich denke mir die Karotte wird auch dann ziemlich schnell wachsen wenn ich ausgeschlafen habe äh wo sind wir denn von der Zeit her 20 Minuten alter Schwede ähm ja dann gibt es noch so eine kleine Sache wie hier die habe ich mal hier her gebaut und zwar hier oben war mal Feru angebracht und wenn ihr jetzt irgendwie so Feru habt oder Aurelia oder sowas wie es in den ganzen ähm Quests hier drin ist ich müsste mal schauen hier da bekomme ich einen Goldfisch ähm wo waren sie denn jetzt hier meine das ist eine Abkürzung quasi ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen Nickelbackseed okay das ist ja klar das gibt Nickel was bekomme ich denn hier Glowflower also auf jeden Fall wenn ihr auch Aurelia oder Feru oder sowas bekommt ist ja die Abkürzung FE für Eisen so zu sagen da braucht ihr unten einen Eisenblock allerdings weiß ich nicht ob der hier geht weil mein erstes Feru ist kaputt gegangen also brauche ich wahrscheinlich den anderen Eisenblock der muss unter diesem Feld sein quasi auch bei Gold oder bei Diamant und so weiter aber bei Diamant ja da bin ich noch noch weit weit weg Weed abbauen ist schon eine nervige Sache trotzdem hier das rumlaufen aber ja man versucht ja immer quasi trotzdem die Pflanzen hochzuzüchten bei den Karotten schaut es glaube ich gut aus 024 das lasse ich auch der 003 der kommt weg ich könnte jetzt natürlich auch da vorne jetzt ganz normal mein Zuckerrohr wieder abbauen das alles 1er spare ich mir so ich möchte jetzt aber nochmal schnell nach meiner Melone gucken da tut sich leider nichts und da hat er mal aus dem Pumpkin oh 412 hat er daraus gemacht das ändere ich jetzt auch ab den lege ich jetzt da rein so das heißt ich bin ein bisschen man ist ein Stückchen drüber quasi die ja die Pflanzen hochzuzüchten hier habe ich jetzt 3 und 2 das nutze ich auch aus weg damit das rein den Stick rausnehmen also vom System her habt ihr es kapiert oh da bin ich falsch schaut her also immer da ist jetzt Mietgrad entstanden oh oder ne was war denn das unknown seed ja dafür brauche ich den Scanner damit ich weiß was ist denn dieses unknown seed ich könnte es jetzt hier auch in dem Samenanalyzer machen also es gibt zwei Möglichkeiten ich stecke den da rein hallo wieso macht er das jetzt nicht dann steckt man da in den Scanner halb so wild das dauert jetzt ein Stückchen und dann sagt er mir was habe ich denn jetzt gerade abgebaut hier weil gescannt habe ich es vorher noch nicht Schneeballseeds ja das ist ja nicht schlecht da habe ich nochmal Unbekannte die haue ich auch noch durch Schneeballseeds mal schauen für was ich die brauche also so quasi muss man die ganze Zeit vorgehen da war es ja gerade die Tasche und für was brauche ich das für das sagt Guru Kaktus hätte ich ja auch Mantra Gora na gut was habe ich hier bekommen Weizen mit 0,0,0 das schmeiße ich gleich in die Tonne das lasse ich gleich weg also das ganze funktioniert hier habe ich mal einmal schnell mal scannen hier habe ich Kupfer angebaut da steht aber nicht dass der irgendwie Licht braucht da steht zwar unten Nutrients Humidity und Air Quality aber da steht nicht dass der was der für ein Lichtlevel braucht ich weiß aber dass es dunkel sein muss und jetzt setze ich da einfach mal ein Kürbis oben drüber in der Hoffnung dass das geht das geht leider nicht also man müsste das jetzt einbauen damit es dunkel wird damit mir hier mein Kupfer wechseln hey gut nachdem ich das jetzt alles gezeigt habe weil es Weed ist keins da kann ich jetzt quasi einen Cut machen ich hoffe jetzt geht mir auch da nichts kaputt und zwar lege ich das mir hier erstmal alles was ich nicht brauche grob in die Kiste und dann würde ich nämlich jetzt nochmal schnell auf die eine Frage eingehen mit meinem Werkzeug so da habe ich was gemacht Tutorial und zwar für die guten Werkzeuge also ich bin kein Tinker Spezialist aber ich habe ja hier meine wunderbare Streit Axt Battle Axt und ja kommt nochmal her so geht das ihr seht ja die ist verstärkt 3 hat eine Haltbarkeit von 500 hat eine Schärfe von mir seht ihr unten am Quarz je mehr Quarz desto schärfer ist die Waffe momentan macht sie 22,5 Schaden und warum habe ich eine Streit Axt genommen kein schwer oder kein durch das ist ganz einfach diese Streit Axt hat eine wunderbare Fähigkeit deswegen seht ihr auch hier diese diese Blöcke ich möchte ja schnell mal hier meine Flügel des Reisenden ausziehen und zwar ich drücke erst einmal schnell das hier weg ja ok geht leider nicht muss ich so lassen die mit der Waffe kann ich nämlich springen wie mache ich das am besten und zwar hängt es davon ab wie ihr schaut schaut ihr jetzt nach unten oder schaut ihr nach oben wenn ihr jetzt ziemlich weit nach oben schaut ziehe meine Waffe dann springt er kurz das wollen wir ja nicht also wenn ihr am besten seid wenn ihr so auf dem dritten Block oder auf dem vierten Block schaut die Waffe zieht rechtsklick bringt mir nichts also dann am besten waagerecht ganz normal vorne am zweiten Block springen dann komme ich davor das ist aber jetzt nur ein kurzer Sprung und ihr seht wenn ich das jetzt mache ja verdammt das ist natürlich jetzt alles voll ich ziehe mal nochmal kurz eine Sekunde dann seht ihr hier ich habe ich muss das mal alles wegräumen Schnelligkeit Glück Schnelligkeit was habe ich da noch Stärke Sprungkraft und je länger ihr drückt desto länger habt ihr diese quasi quasi Sprung und so weiter ich mache das jetzt mal ich glaube eine Sekunde drücken sind vier Sekunden Schutz also ich drücke jetzt hier mal so 10 Sekunden oder so ich denke mal jetzt habe ich so 5 10 Sekunden dann dürfte ich so 40 Sekunden in etwa haben jetzt bin ich bei wo ist meine Uhr da unten sagen wir es sind jetzt 15 Sekunden und ihr seht jetzt was ich jetzt habe ich habe Schnelligkeit ich habe Hunger klar das ist irgendwas muss ja machen Stärke und Sprungkraft und das Gute ist halt ich kann jetzt hier auch zwei Blöcke hoch springen hier kann ich drei Blöcke hoch springen das heißt je länger ich das mache umso höher kann ich springen und hier kann ich sogar fünf Blöcke hoch springen also das ist mit den Flügel des Reisenden macht euch diese Axt weil sie wird euch im Twilight Forest sehr gute Dienste leisten und ihr könnt euch wirklich ihr könnt euch hinstellen ihr seht ja mein Hunger geht runter deswegen ja wenn ihr die Haie in der Axt habt ein Ziel das ihr auf jeden Fall anvisieren solltet weil der Hunger verbraucht sich ziemlich schnell der ist schnell weg aber dann habt ihr noch so 30 Sekunden Restzeit ich habe das mal ausprobiert also du kannst wirklich die Axt halten ohne Ende das ist ich kann die fünf Minuten halten dann habt ihr dann dauerhaft den Effekt ich könnte es jetzt machen könnt auf Pause drücken aber mich nerven diese Blubberbläschen hier deswegen höre ich mal auf also baut euch am besten diese Axt ihr müsst auch nicht so wie ich hier mit Alumide machen ich dachte aber die Waffe soll für mich ziemlich lange haltbar sein weil die benutze ich ja zum Kämpfen deswegen habe ich das gewählt so aber wie bekommt ihr diese Alumide quasi am besten ist ihr bereitet euch mal bereitet euch da vor diese Esse diese Werkzeugesse bekommt ihr denke ich im Steam also da müsst ihr schon ganz schön durch sein bis ihr hierher kommt quasi ihr müsst ja ich keine Ahnung wie jetzt der Pfad genau läuft also bis ihr hierher kommt das dauert natürlich zu lange weil ihr habt dann Stone Age noch alles zu machen deswegen empfehle ich euch weil wir hier auf dem Surfer sind Voted neun Vote Eier ergeben so ein MyFTP Egg zweimal also zweimal Voten zwei Tage hintereinander und ihr habt quasi diese Eier dann braucht ihr noch vier Eisenblöcke die werden im Kompressor gemacht neun Eisen ist ein Eisenblock ganz normaler Hammer das muss nicht der sein jetzt den ich habe sondern kann ganz billiger Hammer sein die Werkzeugstation die findet ihr überall und quasi in der Farmwelt wenn ihr mal durch die Gegend lauft diese kleinen Häuser ich kann sie ja mal schnell simulieren die Farmwelt ich hoffe das ist gerade Tag ich habe jetzt keine Flügel dabei denke ich okay bitte jetzt in die Farmwelt ja mein Glück natürlich doch ich habe Flügel dabei dann fliege ich schnell mal hier hin und schlafe ne Runde weil es ist komisch wenn ich in die Farmwelt gehe ist immer dunkel immer dunkel das solltet ihr euch übrigens auch den Kleider ziemlich Zeit nachholen und da seht ihr ja schon da haben wir so ne Kiste so ne Kiste so ne Hütte immer da oben wo ein Loch ist und die Leiter ist und einer hier drin steht und wartet dass er getötet wird ach komm her da bist du ja gar nichts dann habt ihr hier eine Kiste da ist zum Beispiel ganz gut schon drin Obsidian Werkzeugbindung würde ich mir an eure Stelle rausnehmen für Werkzeuge oder hier auf dem Tisch sind meistens noch welche drin Querstange wenn ihr euch eine andere Waffe machen wollt und so weiter und da bekommt ihr schon eure ersten Sachen die ganzen Sachen könnt ihr abbauen hier was ihr braucht also total simpel das zu finden oder die Sachen herzukriegen eben um für die große Essay zu machen jetzt darf ich hier schlafen Alter was ist denn was geht denn ab du warst lange unterwegs ok so machen wir mal weiter also das wäre jetzt der MyFTP Surfer Weg wo ich jedem empfehlen kann weil es billiger ist oder aber dann das Rezept das wenn ihr später habt das schaut so aus ihr braucht halt eine versenkte Steinstufe statt eine Ziegelstufe und ihr braucht zwei von diesen Alu-Mait-Platten und um und eine Platte hat glaube ich acht Alu-Mait-Baren möchte ich ja ich glaube acht das sind achthundert ja oh Mist jetzt blubbert der wieder jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst ähm Moment ausziehen und anziehen und aufhören zu blubbern bitte so also quasi so stellt mir die Essay her fertig für die Streit-Axt ja ihr könnt ihr könnt jederzeit anders anfangen mit 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 Eisen oder so ihr könnt es jederzeit aufwerten ich habe halt direkt Alu-Mait genommen und hier zeige ich euch auch was ich genommen habe äh ihr braucht zwei also ihr braucht nicht zwei Breit-Axt-Kopf-Fuß-Kormen äh Guss-Formen ja einmal die robuste Bindungsform und einmal den robusten Griffform ihr solltet eines davon auf jeden Fall in Obsidian machen weil dann bekommt ihr verstärkt drei und ich habe ich meine Lumpa-Axt einstecken ja und ihr könnt mit die Waffe so weit aufpushen ich glaube bei jetzt habe ich hier verstärkt acht und wenn ich die weiter verstärke ich glaube bei zehn ist die dann äh kann nicht mehr zerstört werden ist quasi wie so ein weißes Werkzeug oder Unbreakable oder sowas also ihr könnt jetzt entweder die robuste Obsidianbindung nehmen oder ein Eisen oder Stein ihr könnt auch Stein nehmen ist natürlich äh vom Modifikator her ich würde jetzt das wählen hier habe ich 0,8 ich würde auf jeden Fall ein Eisenteil nehmen Stein äh Holz hat glaube ich noch weniger und insgesamt was habe ich denn jetzt hier ach genau um das Alumeid herzustellen lass mich mal kurz überlegen genau um das Alumeid jetzt herzustellen für meine Breitachs Kopfgussfarmen also Köpfe braucht man also für die Schmelze für die Tinkerschmelze 16 Obsidian 16 mal Stahl ähm 63 also da nicht täuschen lassen ähm 63 Aluminiumbeeren quasi damit ihr das herstellen könnt oder aber ihr braucht äh 40 Aluminiumkies also entweder also das braucht ihr das braucht ihr und dann entweder 63 Aluminiumbeeren oder 40 Aluminiumkies das müsst ihr euch halt vorher besorgen das schmelzt ihr dann ein und dann bekommt ihr Alumid sozusagen und das lasst ihr dann in den Kopf laufen und dann bekommt ihr das ähm das Buch brauche ich glaube ich nicht zeigen gut dann solltet ihr auf jeden Fall bei den Modifiern aufpassen was ihr zuerst macht ihr seht ja bei mir ist immer der Diamant zuerst weil der Diamant erhöht eure Haltbarkeit um 500 ähm wenn ihr einen Goldblock und noch einen Diamant habt könnt ihr euch quasi nochmal einen Modifier erstellen ich kann es euch nochmal zeigen das macht man auch hier drin ähm ich lege jetzt quasi meine meine Streitachse rein nehme meinen Goldblock ändert sich hier nichts aber ich bekomme da unten steht es ein Modifikator gut ich habe jetzt zwei blöd jetzt seht ihr ich habe unten einen Modifikator übrig und wenn ich jetzt quasi die beiden reinlege habe ich noch einen zweiten übrig ja mache ich direkt fertig also die nehme ich und dann solltet ihr auf jeden Fall wenn ihr das gemacht habt den Smaragd nehmen weil der sagt der Smaragd gibt euch äh 50% Haltbarkeit nochmal deswegen vorher eure Haltbarkeit aufbessern mit dem Diamanten und erst danach den Smaragd verwenden dann habt ihr dann erhöht ihr auf jeden Fall die Haltbarkeit um einiges ähm mit Nederquartz das ist unendlich aufstockbar der Nederquartz der ist für die Schärfe zuständig ich habe jetzt zwei Modifizmodifier ich springe jetzt nur mal kurz in die Base und ich hoffe ich habe welche da liegen jetzt hier in meiner Kiste ouch ouch nichts da liegen dann hole ich schnell mal ein paar drei Stück das ist für die Schärfe zuständig und damit ihr seht was macht denn das an Schärfe aus lege ich es mal rein jetzt habe ich momentan unten 22,5 und ich setze jetzt einfach mal da ich zwei Modifier habe muss ich aufpassen das heißt ich darf jetzt nicht über diese 936 kommen weil sonst nimmt er mal den zweiten Modifier weg und ich möchte aber meine Waffe eben noch verstärken weiterhin auf 4 das zeige ich euch gleich 894 ok es sind noch ein paar Durchgänge 18 21 24 27 30 33 so zweimal darf ich noch so dann darf ich jetzt schon nicht machen sonst ist mein Modifier weg das heißt ich bleibe auf jeden Fall hier bei der Axt und die hat sich jetzt von 22,5 auf 24 Herzen quasi hoch gepusht letztendlich springen wir aber wieder zurück zum Tutorial damit es weiter geht also Obsidian und Enderperle was machen denn die schauen wir schnell mal nach weil das habe ich jetzt gerade vergessen ach die machen Kopf Kopf ab momentan habe ich 2 ich würde dann also quasi 3 bekommen die Chance 30% bedeutet das dass ich den Kopf davon bekomme halt her mit meiner Waffe ich habe auch hier kein Moosbein drauf zur Selbstreparatur weil die Haltbarkeit ist so hoch und Alumite kann ich mir billig herstellen deswegen habe ich mir jetzt hier kein Moosbein drauf gemacht quasi um die Haltbarkeit ja damit es sich selber repariert vielleicht mache ich es jetzt noch ich bin am überlegen aber und ich zeige euch erst mal das mit der großen mit der Verstärkungsplatte quasi jetzt habe ich ja Verstärk 3 und da müsst ihr mal aufpassen die Haltbarkeit wird sich hier ändern und zwar ist jetzt bei hinten 4234 und wenn ich jetzt da reingehe warte mal hat irgendwas was hat sich geändert nein warte mal 62 62 2,9 ne gut der würde jetzt nur die oben verstärken will ich aber bei der Waffe nicht machen ich habe zwar unterhalb vor dem Kopf jetzt stehen Verstärkung 1 möchte aber ehrlich gesagt das lieber bei meiner Lampe X machen und das zeige ich euch auch hier bin ich jetzt da kann ich gar nichts mehr machen seht ihr ich komme maximal auf 8 das ist jetzt aber gut zu wissen weil ich dachte man kann die auf 10 steigern da muss ich direkt einmal nachfragen warum das jetzt nicht geht weiß auch jemand warum das nicht geht weil ich wollte das jetzt gerade mit euch machen verdammt verdammt ok Redstone ist für Geschwindigkeit das habe ich auf dem Hammer drauf weil ich möchte mit dem Hammer mehr abbauen deswegen habe ich hier 200 Redstone drauf hier war es mir nicht wichtig zum Beispiel ich könnte hier noch ja ein Smart Act habe ich vergessen zum Beispiel noch machen aber ich empfehle euch hier Labis zu machen weil dann habt ihr ohne Ende Glück seht ihr ja ich habe jetzt unten 450 Labis reingemacht insgesamt habe Glück 3 und auch Plünderung 3 da ist die Chance höher dass ein Witterskelett zum Beispiel ein Kopf droppt ist mir aufgefallen ich habe noch einen Modifier übrig ich weiß nicht ob ich noch mehr Geschwindigkeit mache weil der haut schon durch der Hammer wo kann ich nochmal hin ich zeige euch das mal kurz also es geht schon ziemlich flott spart einen Haufen Zeug einen Haufen Arbeit ja das werden die Modifier und wie gesagt ihr könnt wenn wo kann ich es denn zeigen was habe ich denn hier jetzt blubbert der mich doch schon wieder ich glaube es nicht ich bin rausgekommen das war die Battleaxe genau mit dem Hammer ihr könnt mit dem Hammer ganz normal anfangen ich habe hier jetzt Stahl und Eisen ich habe hier eine große Eisenplatte ich kann euch mal die Veränderung zeigen weil da muss man auch aufpassen was man jetzt hier macht ich will jetzt zwar keinen Hammerkopf jetzt bauen allerdings zeige ich euch kurz die Werte hier habe ich jetzt zum Beispiel der baut Redstone ab gar nichts Angriff 3 Herzen 2400 also schon mal eine Obsidianplatte mit rein baut er immer noch Redstone ab habe aber hier 1900 und hier habe ich 2400 das ist das komische obwohl ich hier verstärkt 3 habe und quasi das rein mache wird es da weniger mache ich zwei Blatten rein ist es noch blöder wird es noch weniger also macht euch trotzdem eine verstärkt rein für später braucht ihr das auf jeden Fall also eine grobe eine große Obsidianplatte soll immer rein immer und wenn dann der Hammer voll ist könnt ihr den wie zeige ich es euch denn warte mal bitte ich habe doch eine Spitzhacke hier die ist schon göttlich lasst mich mal kurz überlegen die ist Stahl habe ich da eigentlich noch was vorbereitet und zwar ich repariere schnell mal raus rein ich hoffe ein Stahlbahn reicht ja so jetzt habe ich die jetzt habe ich die quasi umgebaut jetzt kann ich ich muss leider noch mal zurückspringen jetzt kann ich die upgraden ich muss nur schnell mein Alumat holen kurz ein Nickerchen machen und dann wieder zurückspringen ach ich wurde auch gefragt wie man den Mod nennt Mensch Leute den hat mir Hurli empfohlen boah den schreibe ich in die Beschreibung rein weil der fällt mir jetzt echt gerade nicht ein also quasi dieser dieser Ring hier um die schnell ausweiten zu machen so aber ich lenke schon wieder ab Mensch 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 also gut jetzt habe ich hier zum Beispiel meine Stil Spitzhacke schaut euch mal die Werte an jetzt kann ich hergehen kann sagen ich möchte na wieso kann kann ich das jetzt nicht machen ich kann die normalerweise aufwerten vielleicht geht es beim Stahl nicht mehr das kann auch sein ich habe jetzt auch aber keine Eisenspitzhacke ich habe einen Eisenhammer probieren wir das einen Eisenhammer den kann ich auf jeden Fall zu Stahl aufwerten ist ärgerlich dass es jetzt gerade nicht mit dem Alumat geht ach ne ich bin ja blöd ich bin ja blöd es geht ja gar nicht mit den Eisenbahnen ach ich bin so ein Held ihr müsst natürlich wenn ihr das jetzt aufwertet ihr braucht dann einen Kopf quasi einen Hammerkopf ich habe jetzt hier ich zeige euch das nochmal direkt weil ich habe den Stahlkopf am Tutorial ich erzähle wieder einen Müll so so geht das nämlich und zwar ihr müsst quasi die Waffe muss vollständig repariert sein und jetzt habe ich ja hier meinen Zinn kann ich jetzt abbauen ich kann jetzt aber einen Stahlkopf nehmen und in dem Moment seht ihr ja da wie es sich verändert ich kann jetzt mit dem Hammer schon Redstone abbauen das ist jetzt am Anfang wenig und ich würde aus dem Ironhammer jetzt quasi einen Stahlhammer machen obwohl es da nicht steht ne irre wieso macht er das nicht weil der wahrscheinlich noch eine Platte braucht schnell mal was testen das habe ich noch gar nicht ausprobiert ich möchte schnell was testen ok das geht nicht ne 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 also macht euch keinen Kopf ihr könnt auf jeden Fall den Hammer auf Stahl ändern und das Redstone ich mache das jetzt einfach mal dieses Redstone hier das wird sich dann ihr könnt später dann besser abbauen doch jetzt habe ich es doch den ja jetzt steht Stihlhammer auch da ich hätte mich jetzt auch gewundert wenn das nicht ging der ist ja erst ein gewöhnter Hammer das heißt sobald die nächste Fähigkeitsstufe übersprungen wird also bei XP wenn ich die 5091 da erreicht habe dann können die den Abbauläfel erhöht sich der Abbauläfel das ist auf jeden Fall so ich kann es euch jetzt nicht sagen warum das jetzt am Anfang immer so ist wie gesagt ich bin kein Tinker Spezialist kann ich nur sagen so das was ich hier so für mich rauskristallisiert habe ich mache aber jetzt für euch nochmal speziell ne Pause wie viel Hammer denn 46 Minuten ich mache jetzt mal so 5 Minuten Aufladung mit meinem Hammer und dann bin ich gleich zurück und dann seht ihr einfach mal wie hammergeil die Maschine hier ist Pause war das hier ich habe mir jetzt gerade überlegt 5 Minuten sind wir zu lang ich habe das Teil jetzt in etwa ich glaube 3 bis 3,5 Minuten und ich lasse jetzt einfach mal die rechte Maustaste los und schaue mal nach was rauskommt ich habe jetzt hier 8 Minuten Schnelligkeit Sprungkraft und der Hunger geht natürlich nach unten ohne Ende da solltet ihr aufpassen da seht ihr da unten geriebt der Balken vor und immer wenn er ganz vorne ist verliert er da hinten was aber wie gesagt ihr seid sprungtechnisch ich meine ich kann da über die Mauern springen dann seid ihr sowieso jetzt schon schnell wenn ihr jetzt noch die Sprint-Taste drückt seid ihr noch schneller aber das kennt ihr ja ich kann natürlich mit meinen super Schuhen noch höher springen ok in diesem Sinne das war jetzt mal so eine grobe Erklärung ich hoffe es hat euch geholfen mit der Streitachse also die lege ich wirklich jedem nahe und mit meinem Crossbro hier diesen Hartseeker und die Pfeile die gibt es in diesen MV Beutetaschen vielleicht habe ich eine da habe ich eine da ich schaue schon mal und zwar sollte die verzaubern vielleicht kann ich noch die HV ich glaube eine MV war das zum verzaubern braucht man eigentlich nur ein paar Vote-Eier ich habe in letzter Zeit nicht gevotet deswegen werde ich auch keine Eier da haben doch hier 9 was habe ich da ungeschrieben wieso erkennt ihr die nicht und die könnt ihr ganz einfach ich muss jetzt schnell mal schauen die war da in der Mitte oder was so genau so also die anordnen dann bekommt ihr eine mit Loot 3 und dann einmal rechts klicken wir schauen wunderbar Aluminium bekommen unten Modifier einmal frei und da habe ich und da habe ich halt mal diesen Hartziger rausgezogen deswegen geht erst ab MV und HV also ich habe da mal im Singleplayer so einen Test gemacht also im Steam und im Stone Edge also bekommt ihr die nicht in dem Zeitalter und im LV auch nicht sondern ihr müsst schon MV sein also LV habe ich ausprobiert oder da müsste ich jetzt in meine Singlewelt springen das mache ich gar noch Sekunde so jetzt bin ich mal hier kurz in meiner Singlewelt ich habe da mal 128 Beutetaschen aufgemacht und das war jetzt MV deswegen ist auch die MV Hülle kann ich mich daran erinnern und da habe ich eben zum Beispiel diesen Hartziger bekommen und zum Beispiel da gibt es auch so einen Hammer schon der nennt sich Tunneler Kobalt bereits schon also ist auch schon sehr gut ausgerüstet noch zwei Modifier übrig also immer hergehen und MV die Taschen verzaubern ich glaube das war mal ohne Verzauberung ich meine da bekommt man auch Behutsamkeit zum Beispiel aber da war kein gutes Werkzeug dabei also versucht wirklich immer die Taschen zu besseren Loot Taschen zu machen ich schaue gerade was ich da noch habe das war glaube ich oder hier habe ich zum Beispiel 4 64 MV3 ich kann es euch ja gleich einmal mitmachen ich mache das schnell mal mit euch macht es jetzt einfach mal alle auf da ist nichts dabei so geht ja alles in die Trichter also da war jetzt da ist nichts dabei ähm Rucksäcke ah da war was dabei hier das ist natürlich auch nicht schlecht ne Lebensstil 4 Autoschmelzen hört es natürlich schon da macht einen neuen Herzensschaden also ihr seht macht es auf jeden Fall so und ihr werdet an definitiv an gute ähm Ausrüstung rankommen ja das war es in dem Sinne erst einmal hier meine Single Welt schaut euch nicht um äh ich kenne mich eh nicht aus danke fürs Zuschauen tschüss bis zur nächsten Folge tschüss bis zur nächsten Folge tschüss bis zur nächsten Folge tschüss bis zur nächsten Folge